Was passiert mit der Beziehung von Kaito und Taoko? Wie immer für euch, nach dem Intro. Was geht ab? Mein Name ist Kaito Hakei und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem etwas kürzeren Podcast. Heute geht es um ein sehr, sehr beliebtes Thema und zwar geht es heute um Magic Kaito, besser gesagt um die Beziehung von Naoko und Kaito alias Kaito Kid. Wir wissen, im Moment liegt alles so auf der Lektivkorn und wir wissen ja auch, dass Gosho Aoyama ja auch für Magic Kaito zuständig ist und wir wissen, dass Magic Kaito seit einer etwas längeren Zeit pausiert. Wenn wir uns das Ganze jetzt ein bisschen genauer angucken, dann sehen wir, dass der letzte Band von Magic Kaito, nämlich Band Nummer 5, bereits am 18. Juli 2017 rausgekommen ist. In Deutschland hat das Ganze natürlich wieder ein bisschen länger gedauert. Da haben wir hier den 4. April 2018. Das heißt, seit über, ja, wenn wir 2017 nehmen, sind wir quasi schon fast bei drei Jahren. Ja, seit drei Jahren ist also nichts mehr Neues an Magic Kaito rausgekommen, nichts mehr Story-Relevantes. Wir erinnern uns, das letzte Mal war dieser Sun-Halo-Fall, wo es halt wirklich darum ging, dass Aoko, ich sag mal, Kaito wieder ein bisschen auf die Stiche gekommen ist, wie es ja eigentlich auch in Detective Conan bei Conan und bei Rann ist, ja. Es gab immer wieder so einzelne Verdachtsfälle, die aber immer wieder widerlegt wurden und so auch in diesen. Trotzdem war es ein sehr, sehr geiler Fall. Und nun stellt sich uns die Frage, okay, Conan dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Wir haben Serious Tea Time, wir haben White Police Story, wir haben viele andere Sachen. Was ist denn jetzt nur mit Magic Kaito? Und wir berufen uns hier auf eine Aussage aus dem Interview. Let's Talk Day 2020 ist im Januar immer so ein jährliches, ich sag mal, Fragen und Antworten-Spezial, wo Gosha Oyama einfach, ja, Stellung bezieht und dort ging wirklich eine Frage auch in die Richtung. Und zwar gibt es einen Fortschritt zwischen Kaito und Aoko? Und natürlich ist hier die Beziehungsebene gemeint. Das heißt, gibt es irgendwann das gleiche Szenario, was wir hier vielleicht auch schon in Detective Conan zu sehen haben, dass zum Beispiel Ron und Conan Akashinichi zusammen in einer festen Beziehung sind. Das ist ja schon offiziell bestätigt. Und hier die interessante Antwort und er hat gesagt, wahrscheinlich. Ja, also er denkt darüber nach, es ist wahrscheinlich, man soll halt einfach abwarten. Und alleine diese Tatsache, dass es wahrscheinlich ist und ja, er denkt so, ist natürlich immer schon so eine Sache, die wir ein bisschen mit Kalkül betrachten müssen. Denn im Endeffekt sitzt er ja nicht alleine dort bei diesem Interview, müsst ihr euch vorstellen, sondern da sitzen auch noch Leute, Leute von dem Magazin dahinter. Leute, die quasi bestimmen, wann wie etwas kommt. Also nicht nur Gosho hat natürlich die alleinige Befehlsgewalt über sein Werk, ja. Natürlich hat er Gewalt darüber, aber die anderen Leute können halt auch ein bisschen mitentscheiden, gerade wenn es halt um finanzielle Aspekte geht. Dort wird nämlich auch gesagt, okay, wir machen jetzt das Spin-Off, wir machen das Spin-Off. Gosho, hast du Bock da mal rüber zu gucken? Zum Beispiel bei Zero's T-Time arbeitet er auch nur ein bisschen am Storyboard, probiert da so ein paar Lücken zu schließen, die vielleicht so ein bisschen widersprüchlich sind mit der Handlung zu Detektiv Conan. Auch wenn es ein Spin-Off ist, ja, sollte es ja trotzdem so ein bisschen fortgeführt werden und sollen eigentlich auch keine krassen Widersprüche in sich darstellen. Darum geht es in erster Linie. Und das ist also eine Aussage, die wir so sehr deuten können, da bin ich eigentlich auch fest davon überzeugt, zu 99,9 Prozent, dass es dort schon diverse Pläne gibt. Also entweder man arbeitet vielleicht parallel dran, ja, während Detektiv Conan, während die anderen Spin-Offs weiterlaufen. Oder aber man beendet Detektiv Conan. Wir wissen ja alle nicht, wie lange es dauert. Ich habe auf jeden Fall einen ausreichend geilen Podcast hier auf dem Kanal gemacht. Link ist unten in der Beschreibung. Woran ich auch immer noch glaube, weil ich dort sehr, sehr viele Sachen eingegrenzt habe. Zum Beispiel die Jahreszahl, die Anzahl der Bände, wie viele Bände wir mindestens noch erwarten können. Ich habe das Ganze auf Story, Arcs runtergebrochen und so weiter und so fort. Sehr, sehr interessant. Der Link ist, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Es gibt also viele Möglichkeiten. Was wir aber aus dieser Aussage annehmen können, und das ist, glaube ich, auch so die Quintessenz, das Wichtigste, was jeder hören will, ja, Magic Kaito wird weitergehen. Jetzt natürlich die Frage, Moment mal, Alex, ist das vielleicht ein bisschen überstürzt, das zu sagen, in Magic Kaito geht es weiter? Es könnte nämlich auch so sein, dass es in Detektiv Conan weitergeht, ja? Denn hier ist ja lediglich bloß die Frage nach einem Fortschritt der Beziehung von Kaito und Taoko. Aber wir wissen ja auch, dass Kaito und Taoko schon einen Auftritt im Manga hatten, in Detektiv Conan. Und zwar, ich glaube, das müsste unter 100 gewesen sein. Ich glaube, Episode 78 ist es. Episode 78, Meisterlieb 1412, wer das Ganze gerne nochmal in Manga-Form nachlesen will, Band 16, Kapitel 156 bis 159, denn dort, um vielleicht nochmal ein paar Erinnerungen hochkommen zu lassen, um die Erinnerungen aufzufrischen, weiß ja Ran, dass sie denkt zumindest. Sie weiß, dass sie denkt, dass sie eigentlich Shinichi gesehen hat, weil wir wissen, dass Kaito genauso aussieht wie Shinichi. Letzten Endes war das aber Kaito mit seiner Freundin Aoko. Und Aoko sahen auch in diesem Zeichenstil, das war so der Anfangszeichenstil von Detektiv Conan, beziehungsweise besser gesagt der Animationsstil, war noch so ein bisschen, ja, anders halt, ja? Ich sag mal, zeitgemäß, wo das Ganze halt rausgekommen ist. Und da sehen halt Aoko und Kaito genauso aus wie Shinichi und Ran. Ganz, ganz einfach. Aber die hatten nur so einen ganz kurzen Kami-Auftritt. Das heißt, es ist nicht unmöglich, dass das Ganze in Detektiv Conan aufgelöst wird. Ich halte es aber für durchaus wahrscheinlicher, dass Magic Halte noch einen glorreichen Abgang kriegt, der dann vielleicht aussieht, ich weiß nicht, vielleicht noch mit einem oder zwei Bänden, ja, dass das Ganze auch abgeschlossen ist. Denn ich kann mir auch gerne und gut vorstellen, dass Gosho, wenn er etwas angefangen hat, ein Werk, das auch gerne dann zu Ende bringen möchte, ja? Dass es ein Ende ist, mit dem er leben kann. Ob wir das als Konsumenten dann so toll finden, wozu er sich entschieden hat, ist ja natürlich nochmal eine andere Frage. Aber dass das Produkt halt einfach fertig ist. Das heißt, ich denke mal, schon noch ein oder zwei Bände, vielleicht macht er noch die 10 voll. Ich will jetzt nicht darüber zu viel spekulieren. Auf jeden Fall wird da noch was kommen. Natürlich gibt es hier aber auch noch die Möglichkeit, dass man vielleicht nur noch ein oder zwei Bände macht, das Ganze darauf beruhen lässt, aber dann vielleicht noch andere Alternativen in Betracht zieht. Zum Beispiel OVAs in einem Kinofilm und so weiter und so fort. Da hat man auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Potenzial, sehr, sehr viele Möglichkeiten, um die ganze Story halt auszuschmücken, ja? Die ja jetzt auch eigentlich nicht elementar wichtig ist für Detektiv Conan, weil in diesem Podcast müssen wir uns in erster Linie darauf einstellen, dass wir eigentlich über Magic Kato sprechen und nicht über Detektiv Conan, auch wenn ein Bezug dieser Beziehung natürlich in Detektiv Conan vorkommen könnte. Ich glaube, ihr habt den wesentlichen Kernpunkt, den ich hier ansprechen wollte, verstanden. Dieser Punkt gibt uns Hoffnung, dass Magic Kato bald fortgeführt wird, dass es bald einen Fortschritt geben wird in der Beziehung. Aber mal ganz ehrlich, was anderes hätten wir auch alle nicht erwarten können. Ist auf jeden Fall schön, dass das Ganze nicht verneint, sondern eher sogar noch ein bisschen befeuert. Für uns heißt es jetzt einfach abwarten, Tee trinken, ich sag mal, die Nachrichten verfolgen. Wenn es was Neues zu der Thematik gibt, werde ich euch jedenfalls wie immer natürlich informieren. Freue ich mich auf jeden Fall und ich muss auch ganz klar sagen an der Stelle, dass der Magic Kato Band vielleicht, beziehungsweise generell der Manga, mir sehr, sehr gut gefällt. Und wenn ich mich entscheiden müsste, ist vielleicht jetzt eine sehr, sehr gewagte Aussage, aber finde ich den Manga von Magic Kato besser, weil er halt kürzer ist. Es ist sehr, sehr viel kompakt. Im Manga ist relativ wenig an Filler drin. Natürlich können wir sagen, alles was Manga ist, ist in Detective Kato genauso, ist Story relevant, aber natürlich gibt es auch so Story, die eher irrelevant ist, ja, die eher so in den Filler-Bereich geht als in Richtung Hauptstory. Und bei Magic Kato hatte ich zum Beispiel kaum das Gefühl. Natürlich kannst du Detective Kato nicht mit Magic Kato vergleichen, weil halt die Anzahl der Bände einfach viel, viel, viel zu unterschiedlich ist. Aber ich mache es einfach trotzdem, weil es ist mein Video, da kann ich vergleichen, was ich will. Es geht halt einfach nur um die verschiedenen Werke von Gojo Aoyama. Das war's, das war alles, was ich sagen wollte. Schreibt mir mal gerne in den Kommentarbereich, was ihr dazu denkt. Wie wird das Ganze fortgesetzt? Wie viele Bände haltet ihr für realistisch? Könnt ihr mal noch in Magic Kato raushauen? Bin ich auf jeden Fall sehr mal gespannt. Freue ich mich drauf. Und zu guter Letzt wünsche ich euch noch eine wunderbare restliche Woche. Wir sind unter 10 Minuten, das Ziel ist also definitiv erfüllt worden. Bleibt Corona frei, bis zum nächsten Mal. Euer Kato Aka. Das war's, das war's, das war's, das war's.